Wetten, dass? Hat er immer sehr viel fotografiert aus Röden, Röntal, ja. Röntal, wo ich nicht mehr so ein paar Gebiet, Röntal. Danke, schön, dass du dauerst. Ja, aber die Riege kennt sich ja. Boten, Leistung, mein Freund. Ja, und das größere Projekt, meistens TV-Courage-Projekt, aber das größere ist jetzt zwei Kinder, haben fünf und vier Prozent Sehvermögen und die wollen viel Geld. Danke, Herr Simater. Und ich war bei dem Dübel-Millionär, Herrn Adjo Fischer.